Ab 0 Uhr beginnend wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Ab morgen gilt noch viel mehr als jetzt. Bleiben Sie zu Hause. Überwacht und kontrolliert wird das Ganze von unserer Polizei im Ordnungsdienst. So reduzieren wir weiter konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte. Dies sind nicht einfach irgendwelche Empfehlungen des Staates. Es sind Regeln. Die Ordnungskräfte werden das überprüfen und wo sie Verstöße feststellen, wird es Folgen haben und Strafen geben. Quarantäne, bleiben Sie zu Hause, halten Sie die Füße ruhig. Und ich glaube, da sind sich alle Leute einig. Gut, eine Pandemie ist nichts Außergewöhnliches. Wir haben jedes Jahr eine Grippe-Pandemie. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden. Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisationen. Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien. Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen Ihnen schaden. Aber gemeinsam können wir Fake News bekämpfen. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt seh ich es klar. Deine Propaganda. Bla, 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt in Scha. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Dein Bildschirm ist wie ne Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruf die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer kippt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Bei der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen um diesen Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt seh ich es klar, so klar. Deine Propaganda. Bla, 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 bla. Fake News Media. Ja, das ist doch gar nicht wahr. Ja, das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Oh ja. Ja, das ist doch gar nicht wahr. Ja, das ist doch gar nicht wahr. Ja, das ist doch gar nicht wahr. Wir sind im Krieg gegen Suizid und Depression. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klo. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt seh ich es klar, so klar. Deine Propaganda. Bla, 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Ah, ah. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Wie ein Schaf. Die Freiheit dreht mich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Oh ja. Die Freiheit dreht mich im Grab. Komm, sprichst es mir nah. Mir nah. Fake News Media. Everyone is fearful and hopeless and so worried about today that we have really stopped thinking about what tomorrow will look like. Extraordinarily rare event in history. We are at one of the only moments that will be in our lifetimes where the system is so stressed that we have the ability to make not reformative changes, but revolutionary changes that we can actually change the functioning of society.